Zu Bonjour Berlin begrüße ich Marc Scheritz von der Zeit. Herr Scheritz, das Dach konstruieren, wenn die Sonne noch scheint, so hat Jean-Claude Juncker seinen Zeitplan für die Reform beschrieben. Hat sich Juncker da den richtigen Zeitpunkt für diese Reform der Eurozone ausgesucht? Naja, das dachte er zumindest. In der Tat läuft es im Moment wirtschaftlich extrem gut in Europa. Das heißt, es sind eigentlich ideale Voraussetzungen, um was zu ändern, wenn man glaubt, was ändern zu müssen. Was er natürlich nicht wissen konnte, ist, dass es in Deutschland dem wichtigsten und zumindest wirtschaftsstärksten Mitgliedstaat keine Regierung gibt und insofern Deutschland in Brüssel nicht wirklich satisfaktionsfähig ist, nicht wirklich etwas zu entscheiden hat. Insofern ist die große Hoffnung, dass man beim Gipfel, der ja nächsten Freitag beginnt in Brüssel, dass man da sozusagen die Weichen stellen kann für diese Euro-Reform. Das war der Plan. Das wird so nicht sein. Es wird am nächsten Wochenende keine Entscheidungen geben. Das wird man alles vertagen müssen. Gleichwohl ist natürlich schon richtig und wichtig, dass die Kommission jetzt den Beginn der Gespräche markiert hat. Also das sind jetzt Vorschläge, die sind auf dem Tisch. Da wird man drüber reden bei den Mitgliedstaaten. Und dann muss man schauen, wie man da irgendwie zusammenkommt. Es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Ja, der europäische Stabilitätsmechanismus ESM soll in einen europäischen Währungsfonds umgewandelt werden. Zu seinen Aufgaben sollen nicht nur Kredite für Länder mit finanziellen Engpässen zählen, sondern er soll auch notfalls beim gemeinsamen Bankenabwicklungsfonds in die Bresche springen. Ist das ein sinnvoller Schritt aus Ihrer Sicht? Ja, das ist ein sinnvoller Schritt, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Es ist ja so, dass wir in Europa inzwischen eine gemeinsame Bankenaufsicht hat, die sozusagen die großen Banken, die grenzüberschreitenden tätigen Banken überwacht. Und wenn da mal irgendwas andrennt, dann weiß man aus der vorherigen Krise, dann kann das nur mit staatlicher Hilfe in irgendeiner Form gelöst werden, um zu verhindern, dass aus einer Bankenpleite ein Flächenbrand wird. Dazu braucht es Geld. Das heißt nicht, dass das Geld verloren ist. Das kann man sich auch wieder zurückholen. Aber man braucht erst mal, sagen, irgendwo einen Puffer, um mit solchen Schäden umgehen zu können. Und da ist es aus meiner Sicht nur sinnvoll, da wir die Aufsicht europäisiert haben, das auch auf der europäischen Ebene anzusiedeln. Man muss natürlich schauen, was nicht passieren darf, ist, dass sozusagen manche Länder für den Schlendriger in andere Länder einspringen. Also sozusagen, da muss erst sichergestellt werden, dass die Banken wirklich in einer guten Verfassung sind. Und dann kann dieser Fonds kommen. Das sehen Deutsche und Franzosen so ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn das gegeben ist, dann glaube ich, ist das eine sinnvolle Entwicklung. Juncker fordert auch ein EU-Finanzminister, der gleichzeitig Chef der Euro-Gruppe und stellvertretender Kommissionschef wäre oder sein soll. Macht das Sinn, diese beiden Teile der EU, also die Kommission und die Euro-Gruppe, als die Vertreter der Euro-Länder in einem Amt zu vermischen? Also es macht auf jeden Fall Sinn, irgendeine Person zu haben, die sozusagen die Euro-Zone als Ganzes repräsentiert. Das haben wir ja nicht. Wir haben unterschiedliche Finanzminister, wir haben den Chef der Euro-Gruppe, der aber ein sehr informelles Amt inne hat. Ob es jetzt so klug ist, diese beiden, also wie die Kommission sich das konkret vorstellt, einen Kommissar und einen Minister irgendwie da unter einen Hut zu bringen, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass diese Abstimmung in irgendeiner Form gelingt. Ob man das jetzt so macht, weiß ich nicht. Das wäre für mich jetzt eher zweitrangig wichtig. Es ist nur, dass man eben aus diesen verschiedenen nationalen Politiken eine gemeinsame europäische Politik formt. Das klang auch in dem Beitrag an. Da hat Juncker schon recht. Ob das die klügste Idee ist, das so zu machen, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Die Mitgliedstaaten geben die Kontrolle auch nicht gerne her. Aber sozusagen dieses Versuch, eine gemeinsame Finanzpolitik zu entwerfen, das geht sicher in die richtige Richtung. Sie halten das also für durchsetzbar, ein EU-Finanzminister, obwohl er tatsächlich bei einigen polarisiert? Ich glaube nicht, dass das kommen wird. Also was in naher Zukunft kommen wird. Was schon kommen wird, ist diese, was ja auch Teil der Vorschläge ist, sozusagen stärkere, eine Aufstockung des Haushalts oder dass der Haushalt sich stärker um Probleme einzelner Euro-Länder kümmert. Was vielleicht auch kommen wird, ist eben diese Banken-Unions-Geschichte. Aber der gemeinsame Finanzminister Europas, das ist eher was für die mittlere und lange Frist. Sicher nichts, was nächstes und übernächstes Jahr beschlossen werden wird. Ja, einer, der sich durchaus einen europäischen Finanzminister vorstellen könnte, das ist Martin Schulz. Der SPD-Vorsitzende muss sich jetzt auf dem Parteitag der Sozialdemokraten, der heute beginnt, zur Wiederwahl stellen. 100 Prozent der Stimmen, wie beim letzten Mal, werden das dieses Mal wohl nicht werden. Was wäre denn so ein Mindestergebnis, das er einfahren sollte, um nicht noch mehr den Halt an der Spitze zu verlieren? Ja, also es ist ja so bei Schulz, dass er, glaube ich, in der Bevölkerung sozusagen als der große Wahlverlierer gilt, bei der SPD-Basis aber doch noch relativ gut an oder relativ vergleichsweise gut und einfach nur gut angesehen wird. Das heißt, da hat er noch viele Anhänger, die zu ihm stehen. Insofern, glaube ich, wird das nicht so katastrophal ausfallen, zumal man ja auch weiß in der SPD, dass wenn er 50 Prozent kriegt oder 60, wäre das ein enormer Schaden auch für die ganze Partei. Ich glaube, wenn er jetzt so um die 90 rumkriegt, dann ist es gut für ihn. Das, denke ich, wird er auch erreichen. Bislang sieht es nicht so aus, als gäbe es einen Putsch gegen Schulz. Kein Gegenkandidat ist in Sicht. Könnte da aus Ihrer Sicht noch eine Überraschung kommen? Nein, das glaube ich nicht. Ob Schulz in zwei Jahren noch Vorsitzender sein wird, wird man sehen. Aber im Moment hat niemand in der SPD, soweit ich das beurteilen kann, Interesse daran, die Partei jetzt in Aufruhr zu versetzen, indem man den Vorsitzenden wegputscht. Der Parteitag wird, glaube ich, sozusagen ein Go für den Beginn von Sondierungen mit der CDU für eine große Koalition ergeben. Man wird betonen, dass das Ergebnis offen ist, dass man sich nur zusammenfinden wird, wenn die Forderungen der SPD auch berücksichtigt sind. Aber sozusagen jetzt parteiinternes Chaos auszulösen, dadurch, dass man Schulz schützt, das, glaube ich, will keiner. Das wollen auch die Feinde von Martin Schulz nicht. Anderes wichtiges Thema heute, der Parteitag stimmt darüber ab, ob die SPD erneut Gespräche mit der Union zur Bildung einer großen Koalition aufnimmt. Die Basis ist mehrheitlich eher dagegen. Was könnte denn der Parteivorstand tun, um ablehnende Delegierte noch zu überzeugen? Na ja, man wird natürlich eine saftige Wunschliste präsentieren. Das ist ja schon geschehen. Es gibt einen Beschluss des Parteivorstands, in dem die Forderungen aufgelistet sind. Das sind sehr, sehr viele. Das sind sehr, sehr teure. Da geht es darum, Europa, was wir gerade eben besprachen, auf Macron zugehen. Da geht es um Gesundheitssystem, Ende der Zwei-Klassen-Medizin. Da geht es um Investitionen in Bildung und so weiter. Die Rente, viele Herzensanliegen der Sozialdemokraten. Man wird also sozusagen auf diese Liste verweisen und sagen, schaut mal, wenn wir das machen, dann können wir das alles durchsetzen. Und dann glaube ich auch, dass dann der Parteitag die Weichen auch stellen wird, dass diese Gespräche beginnen können. Die große, große Frage dann wird es dann natürlich sein, ob die Union bereit ist, das alles mitzumachen. Da habe ich meine Zweifel. Ja, Marc Scheritz, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung nach Berlin. Danke Ihnen.